Was geht ab Freunde, euer Sturffi und herzlich willkommen zur Challenge Black vs. White und dabei haben wir heute den Julian von FIFA Goals United Jo Leute Und wir haben schon eben das Hinspiel aufgenommen, natürlich auf dem Kanal von Julian FIFA Goals United Link in der Beschreibung, der erste direkt draufklicken, Like-Button vergewaltigen, abonnieren und so weiter und so fort Hier seht ihr unsere Mannschaft und schaut euch mal dieses pinke, schöne Sturm-Dor an Dumbia, Sturridge, Yaya Touré und Titi Und ja, das hier unten ist das Team von Julian, Kane, Rooney, das ist wie gesagt das weiße Team Und ja, wir haben ja mittlerweile eine Bestrafung eingeführt und jetzt geht es natürlich auch um den Sieg Wir wollen heute nicht verlieren, wollen alles geben Alles klar, gehen wir ins Spiel rein? Ja Ja, dein Team sieht aber auch nicht schlecht aus Aber mit Kane und Rooney sind glaube ich jetzt nicht so die Spieler, mit denen es dir Spaß machen wird zu spielen Das wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel Ab geht's Oh, da läuft der Kane Nee, der Rooney Rain Rooney mit dem Lupfer Oh Erste Gelegenheit Ey, guck mal, die stehen aber auch sich beide auf den Füßen, ne? Dumbia und dieser Sturridge Ja Egal, jetzt gehen wir rein und schicken ihn Komm Oh Oh Komm, wir nehmen Campbell mit Campbell Job, geht vorbei Wunderbar gemacht von Campbell Komm Campbell Rabona Flanke Kommt leider nicht Komm Ey Alle verpassen Nochmal nach hinten jetzt Und da steht plötzlich Kane völlig frei Und Boah Stark gemacht Komm, sei du Dumbia Job Geht wunderbar vorbei Dumbia Nach hinten Speed dich an da vorne Komm Rooney, hol dir den Oder Silver Oh nein, schon wieder Latte Und Die sind alle auf Rolle Was machen die da? Egal, guter Schuss und dann Kane Setzt sich durch So Freunde, jetzt geben wir noch ein bisschen Gas hier über Storage Scoop Turn wunderbar gemacht von Storage Komm, ganz unten läuft er sich frei Egal, wir sind immer noch am Ball Komm schon einer dazwischen Ja, ja, ja Oh Komm Komm, komm, komm Jetzt Tempo Ja, komm Ja, ja Zuré Ja, ja Zuré Goal Ausgleich Ja, ja Fucking Boss Turé Schöne Kombination Hier einmal durchgesteckt Ganz einfach Und eiskalt vorm Tor Komm, hier mal außen auf Lamella Der nimmt den Ball runter Und Komm schon Nein Komm jetzt durch Lauf, lauf Ja, ja Zuré Ja, ja Zuré Weg da Ja, komm Weg, 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 weg Das gibt's doch gar nicht Ah, schlechter Ball Das war doch ein Faul, Mann Ey, ich raspe hier gleich komplett Komm schon Leck mir die Eier, Alter Ach du Scheiße Was für eine Scheiße hier Ja, das war jetzt nicht ganz verdient Muss ich zugeben Aber was für ein Gerät hier Von Gerard Digga, der Schuss war richtig geil Aber was macht der Mann dann da Ja, der war voll am flattern Komm, komm, komm Einer dran nochmal jetzt Komm schon Weg da Oh nein Oh mein Gott Goalas Oh, 2 zu 2 Was für ein verrücktes Spiel Alter, das gibt's doch jetzt nicht Oh mein Gott Ja, glückliches Duseltor Muss man einfach so sagen Ja, Freunde Dann ist das Spiel auch vorbei 2 zu 2 geht's aus War ein richtig spannendes Und krankes Spiel Vor allen Dingen In den letzten paar Minuten, oder? Ja, genau Das war nochmal ein richtiger Nervenkitzel hier Boah, Junge, Junge In der letzten Sekunde Noch den Ausgleich gemacht Ja, wie gesagt Schaut auf jeden Fall Beim Hinspiel vorbei Bei FIFA Goals United Link natürlich in der Videobeschreibung Direkt draufklicken Abonnieren Liken und so weiter und so fort Und wenn dir dieses Video gefallen hat Lass auf jeden Fall auch Einen Daumen nach oben da Ähm Ja, und dann würde ich sagen Hast du das Schlusswort Ja, war wieder eine richtig geile Episode Neben meinem Zimmer ist direkt der Schlafzimmer Von meinen Eltern Das heißt, ich kann nicht laut reden Ich bin laut, ich kann nicht laut Ich bin laut, ich bin laut